Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Ich grüße Sie. Schaut man in diesen Tagen in die großen Leitmedien, so scheinen die bewegenden Themen hierzulande vor allem außenpolitisch geprägt zu sein. In den USA ist das traditionell eher anders, in dieser Woche aber ganz besonders. Heute sind Midterm Elections. Und einer, der durfte im Wahlkampf natürlich nicht fehlen, das ist dieser Herr hier. Donald Trump, unverkennbar. Er ist bei den jetzigen Wahlen zwar nicht direkt angetreten, Unterstützung holten sich die Republikaner von ihm aber dennoch. Einer, der wollte Trumps Unterstützung aber lieber nicht, denn er will möglicherweise selbst nächster republikanischer US-Präsident werden. Wer das ist und welche Figur Donald Trump bei seinem letzten Auftritt am Sonntag in Miami gemacht hat, darüber spreche ich gleich mit der Journalistin und US-Expertin Susanne Heger in Florida. Um Deutschland soll es heute thematisch aber auch gehen. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rauschen wir gerade in eine neue Corona-Winterwelle. Und in seinem Auftrag haben die Versicherungen wieder massenweise Impfeinladungen an ältere Menschen versendet. Eine dieser Einladungen landete auch bei dem Arzt und renommierten Immunologen Dr. Michael Nehls. Er antwortete dem Minister ausgiebig mit einem offenen Brief, in dem er den Impfstoff praktisch für überflüssig erklärt. Darüber und über den Einfluss der Pharmaindustrie auf Politik und Gesundheit werde ich mich gleich mit Dr. Nehls unterhalten. In einem Kommentar von meinem Kollegen Frank Warlich geht es dann um eine politische Strippenzieherin der besonderen Art, um die grünen Politikerin Claudia Roth und die Frage, welchen Einfluss hat die Grand Dame der deutschen Grünen eigentlich wirklich? Politisch bleibt es schließlich auch in einer neuen Ausgabe unseres Ton-und-Taxis-Telefons mit Fürstin Gloria von Ton-und-Taxis. Und der Frage, dürfen Politiker religiöse Symbole einfach so verbieten. Schön, dass Sie heute mit dabei sind, hier im Kontrafunk. Die Stimme der Vernunft. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Heute finden in den USA die sogenannten Midterm Elections statt. Genau zur Hälfte der Amtszeit von Präsident Joe Biden werden einerseits alle Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses sowie auch Dutzende Senatoren und Gouverneure neu gewählt. Auch Donald Trump mischt kräftig mit, etwa in seiner Wahlheimat Florida. Am Sonntagabend etwa hatte er einen Auftritt in Miami, bei dem er kräftig die Werbetrommel für die Republikaner rührte, nicht aber für den republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Über die künftige Rolle der beiden Politiker sowie über Veränderungen in der Gesellschaft der USA möchte ich jetzt sprechen mit der Journalistin und US-Expertin Susanne Heger in Florida. Hallo Frau Heger. Ja, hallo Herr Jopper. Frau Heger, Sie haben sich den Auftritt von Donald Trump am Sonntag angeschaut. Sie waren da. Die deutschen Medien schreiben, er war gewohnt kämpferisch. Wie haben Sie ihn erlebt? Ich muss dazu sagen, ich habe ihn vor vier Jahren bei den Midterms ebenfalls hier in Florida erlebt und da war er ein Hengst. Kann ich nicht anders sagen. Der war geladen vor Energie, der war kämpferisch. Und gestern war er, ich würde nicht sagen matt, aber man hat ihm angemerkt, es ist jetzt das Ende der Rallye. Er war etwas schwächer, aber das hat überhaupt niemanden gestört. Die Massen haben gejubelt und haben ihn gefeiert. Ja, also er hat noch eine große Fanbase, auch in Florida. Absolut. Und zwar, wenn ich das mal so sagen darf, in Miami waren gestern 80, 90 Prozent der Fanbase Hispanics. Man denkt ja in Deutschland, dass gerade die Menschen ihn verteufeln müssten, weil er ja die Mauer bauen möchte. Aber wie er dann ganz richtig sagte, weil es ging ein rauschendes Jubeln durch die Massen. Er sagte, ihr seid Hispanics, eure Eltern oder vielleicht auch ihr seid geflohen vor diesen Regimen, diesen sozialistischen Regimen, diesen kommunistischen Regimen. Ihr wisst genau, wovon wir reden, wenn wir sagen, das ist falsch, was die Demokraten wollen. Und ihr wisst, wie wichtig die Mauer ist. Und die Leute haben minutenlang gejubelt. Welche Themen hat Trump sonst noch erwähnt und welche Themen standen auch bei den Midterms, bei dem Wahlkampf jetzt eigentlich im Fokus? Eher innenpolitisches oder auch außenpolitisches? Weder noch. Also einen amerikanischen Wahlkampf darf man sich nicht wie einen deutschen Wahlkampf vorstellen. Es geht eigentlich recht wenig um konkrete politische Themen. Es geht mehr darum, die andere Seite fertig zu machen, um sie bloßzustellen, um sie niederzumachen, um zu sagen, was sie falsch gemacht haben. Trump zum Beispiel hat gestern darüber gesprochen, dass die Demokraten viel zu lasch sind mit der Grenzsicherung. Alles hat gejubelt. Er hat darüber gesprochen, dass sie die Drogendealer reinlassen. Er hat darüber gesprochen, dass er für die Todesstrafe für Drogendealer wäre. Er hat aber keine innenpolitischen Probleme benannt und wie er sie bekämpfen würde. Er hat innenpolitische Probleme insofern benannt, dass er sagte, was habt ihr für den Sprit bezahlt, als ich Präsident war? Was zahlt ihr jetzt? Ihr seht, Biden ist schlecht. Was hat euch ein Einkaufskorb im Supermarkt gekostet, als ich Präsident war? Was kostet er euch jetzt? Biden ist schlecht. Das ist mehr die Art, wie der Wahlkampf in Amerika funktioniert. Und das waren auch die Themen. Die Themen waren die Teuerung, der Verfall des Dollars, dass alles immer teurer wird. Ist ja nicht anders als in Deutschland. Und das beherrschende Thema in Miami war Drogendealerei, Kriminalität, Sicherheit und auch Sicherheit der Grenze. Der republikanische Gouverneur in Florida heißt ja eigentlich Ron DeSantis. Der war aber weder bei der Veranstaltung anwesend, noch hat ihn Trump mit einem Wort erwähnt. Warum das? Ah, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass er Dessantis, er hat Dessantis erwähnt. Und zwar ganz zum Schluss hat er gesagt, dass die Leute seinen guten Freund Marco Rubio, der als Senator wieder kandidiert, wählen sollen und dass sie auch Ron DeSantis als Governor wählen sollen. Das hat er gesagt. Am Abend vorher in Pennsylvania hat er Ron DeSantis allerdings noch Ron de Sanctimonious genannt. Was so viel heißt. Sanctimonious ist scheinheilig. Also Ron der Scheinheilige. Und hat dazu gesagt, er als Republikaner würde 70 Prozent der Zustimmung der Republikaner bekommen. Descentimonious, also Ron DeSantis, zehn. Und Mike DePence, worüber er sich auch wundern würde, immerhin noch sieben Prozent. Das kam nicht gut an. Die Republikaner mögen nicht, dass Trump DeSantis jetzt plötzlich angreift. Man geht davon aus, dass hinter den Kulissen bereits geklärt wurde, dass DeSantis für eine Präsidentschaftskandidatur zur Verfügung stünde. Und dass Donald Trump ihn im Vorfeld jetzt bereits niedermachen möchte. Aber es scheint so, dass das auch intern auf Kritik gestoßen ist. Und er hat es gestern in Miami mit keinem Wort wiederholt. Welche Rolle spielt denn DeSantis in den USA? In Deutschland ist er nahezu unbekannt. Hätte er da tatsächlich genug Rückhalt, in zwei Jahren als Präsident zu kandidieren? Also es gibt eine Bewegung, die nennt sich Make Florida America. Das heißt, der Stil, in dem DeSantis uns hier regiert hat, lockt täglich tausend Amerikaner an, die nach Florida ziehen, aus den ganzen USA. Er ist unter allen republikanischen Gouverneuren und Senatoren und Kongressabgeordneten ein sehr beliebter Gesprächspartner. Er ist sehr klar, er ist sehr strukturiert. Er ist politisch auf einer ähnlichen Linie wie Trump, hat allerdings überhaupt nicht diese, ich sag mal, die Ausfallerscheinungen bei Twitter, die Trump manchmal hatte. Ron DeSantis formuliert sehr gut, sehr klar, immer höflich, aber auch sehr direkt, wenn er jemandem das Wort abschneidet und sagt, das ist Unsinn, was du da redest, das stimmt einfach nicht, hier sind die Fakten. Er kennt sich mit den Fakten sehr gut aus und er hat das Land durch diese Corona-Krise und auch durch die jetzige Krise so gut gelenkt, also das Land Florida, dass wir großartig dastehen. Wir haben eine niedrigere Rezession als die anderen Bundesländer. Wir hatten während Corona nur die ersten drei Monate Schulschließungen. Das heißt, die Probleme, die viele Eltern landesweit hatten, dass ihre Kinder nicht zur Schule gehen durften, die gab es hier in Florida nicht. Es war alles geöffnet nach kurzer Zeit wieder, also schon im Jahr 2020 war alles wieder geöffnet. Es gab keinen Maskenzwang. Er hat eine Corona-Politik gemacht, wie sie in Deutschland von den sogenannten Schwurblern verlangt wurde und war damit sehr erfolgreich. Ja, nicht nur bei dem Thema ist die USA tief gespalten. Viele Staaten haben ja durchaus sehr harte Corona-Maßnahmen gehabt. Florida gehörte nicht dazu. Was alle aber natürlich betrifft, ist eine Wirtschaftskrise und Auswirkungen, wie Sie gerade schon gesagt haben, was man an den Spritpreisen bereits erkennt. Welche Stimmung herrscht denn derzeit im Land? Was nehmen Sie wahr? Also die Spritpreise sind hier tatsächlich ein riesengroßes Thema, weil anders als in Deutschland, wo man zur Not in den Zug oder in den Bus steigen kann oder mit dem Lastenfahrrad irgendwo hinfährt, kann man hier nicht ausweichen. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Also in New York gibt es ihn, aber hier in Florida gibt es ihn nicht. Ich muss mit dem Auto fahren, wenn ich irgendwo hin möchte. Und insofern sind die Spritpreise gerade für die Arbeiterschicht ein ganz wichtiger Faktor, denn die wohnen sowieso schon in den billigeren Regionen, das heißt die Regionen, die etwas weiter draußen sind. Die müssen also mit dem Auto eine lange Strecke fahren. Die sind zum Teil morgens eine Stunde, anderthalb Stunden im Auto. Und wenn der Spritpreis dann auch noch sich, ich glaube, er hat sich hier vervierfacht, wenn ich mich recht erinnere, wenn der Spritpreis also dann derart steigt, dann ist das für diese Leute existenzbedrohend. Wie berichten die US-Medien auch über den Wahlkampf oder das politische Geschehen? Die Medien sind anders aufgeteilt in Amerika als in Deutschland. In Deutschland ist ja durchaus ein gleichmäßiger Tenor zu hören. In Amerika ist es sehr geteilt. Es ist so, dass CNN zum Beispiel im Wahlkampf ausschließlich demokratische Kandidaten vorgestellt hat. Und Fox hat ausschließlich republikanische Kandidaten vorgestellt. Das heißt, ich konnte mir beide Sender anschauen. Ich wusste, der eine sieht es aus der Sicht, der andere Sender sieht es aus der anderen Sicht. Und dann konnte ich mir selber eine Meinung machen. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich von vornherein weiß, welche Ausrichtung der Sender hat und nicht getäuscht werde nach dem Motto, ja, wir sind komplett neutral und stehen über den Dingen. In Deutschland herrscht ja die Meinung, dass CNN der richtige Nachrichtensender ist, also derjenige, der die News bringt, ohne Fake News dabei zu haben. Das stimmt nicht. Es ist tatsächlich so, dass CNN demokratisch aufgestellt ist und Fox News republikanisch über die Kandidaten der jeweils anderen Seite herziehen, deren negative Seiten präsentieren, geben sich beide Sender nichts. Tatsächlich bekommen wir hier in Deutschland auch eher etwas über Joe Biden mit oder möglicherweise Nancy Pelosi, dass wir hier wirklich über Republikaner etwas erfahren, dann meist eher, wenn Donald Trump in den Fokus gerät. Welche Chancen räumen Sie ihm denn eigentlich ein, nochmal als Spitzenkandidat der Republikaner bei den nächsten Präsidentschaftswahlen anzutreten? Ich glaube tatsächlich, dass er gute Chancen hätte, weil die Republikaner haben gemerkt, dass die Kandidaten, die von Donald Trump gefeatured wurden, dass die immer mehr Punkte in den Umfragen, den Pauls, gewonnen haben. Was dabei wirklich rauskommt, wird man morgen sehen. Wenn es wirklich so ist, dass die Kandidaten alle gewonnen haben, dann wird wahrscheinlich an Donald Trump, sollte er kandidieren wollen, kein Weg vorbeigehen. Aber er hat sich ja selbst noch nicht dazu geäußert. Er gibt immer mal Andeutungen, aber er hat noch nicht gesagt, ich trete 2024 an und ich möchte der Präsident werden. Auch gestern hat er wieder nur darüber gesprochen, dass ihm die Wahlen 2020 gestohlen wurden. Er hat allerdings nicht gesagt, 2024 bin ich dabei und dann schaffen wir es. Wir sind sehr gespannt. Das war die Journalistin und US-Expertin Susanne Heger in Florida. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das aktuelle Jahr geht langsam zur Neige und glaubt man dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, so ist angesichts der dunklen Jahreszeit genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich erneut impfen zu lassen. Über die Krankenkassen versendet sein Ministerium auch weiterhin Impfeinladungen, beispielsweise für ältere und vulnerable Menschen. Dass die Impfung das wirksamste Mittel gegen SARS-CoV-2 ist, dem widerspricht Dr. Michael Nehls, renommierter Arzt und Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie. In einem offenen Brief wirft er Lauterbach eine fatale Corona-Strategie vor. Darüber sowie über den Einfluss der Pharmaindustrie auf das Gesundheitssystem möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Nehls. Ja, hallo. Schönen guten Tag auch, Herr Juppa. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Nehls, Anlass für Ihren Brief an Herrn Lauterbach war ja eine Impfempfehlung des Ministers, die sie über ihre Krankenkasse erreicht hat. Warum möchten Sie seiner Impfeinladung nicht folgen? Naja, ich habe mich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt und mich halt immer gefragt, wieso unser Immunsystem anscheinend unfähig ist, effektiv gegen das Virus vorzugehen und es eben zu schweren Verläufen kommt. Die Untersuchung der Zahlen belegte sehr früh schon, dass ja nur sehr wenige Menschen einen schweren Verlauf haben. Und selbst in den vulnerablen Gruppen, also ältere oder übergewichtige Diabetiker und so weiter, war klar, dass selbst in diesen Gruppen nur ein kleiner Prozentsatz tatsächlich einen schweren Verlauf hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist die Ursache dafür? Wieso haben wir die großen Infektionswellen im Winter? Und was sind die Ursachen für die schweren Verläufe? Und da gibt es einen gemeinsamen Nenner, der war sehr offensichtlich, der vielen Experten war schon sehr, sehr früh klar, was der gemeinsame Nenner ist. Und das ist eben der winterliche Mangel an Produktion von Vitamin D, der einerseits eben verursacht, dass man ein höheres Infektionsrisiko hat, beziehungsweise die Infektionsrisiko ist gleich hoch. Das ist eigentlich ein falscher Ausdruck. Im Prinzip ist es so, dass Infektionen einfach länger dauern, weil sich das Immunsystem geschwächt durch den Vitamin-D-Mangel länger braucht, um das Virus zu eliminieren. Und das andere ist eben, durch den sogenannten Zylokinsturm kommt es eben zu schweren Verläufen, weil eine Dysregulation des Immunsystems eben verursacht wird, eben durch den selben Vitamin-D-Mangel. Und das heißt, man hätte mit ganz einfacher Strategie, sprich das Beheben des winterlichen Vitamin-D-Mangels, sowohl das Infektionsrisiko für andere reduziert, weil Menschen eben kürzere Zeit Träger des Virus sind und ihn verbreiten können, also bester Fremdschutz. Das ist auch in Interventionsstudien gezeigt worden. Und vor allem, es hätte überhaupt keine schweren Verläufe gegeben. Auch dafür gibt es in der Zwischenzeit Interventionsstudien, also Studien, die kausal belegen, dass, wenn man den Vitamin-D-Spiegel auf ein vernünftiges, gesundes Niveau bringt, es eben keine Zytokinsturm geben kann und deswegen auch keine schweren Verläufe, sodass man im Prinzip sagen muss, was wir hier erleben, ist eine hausgemachte Krise. Und das war eigentlich schon sehr, sehr früh bekannt. Und auch Herrn Lauterbach. Nun würde Herr Lauterbach wahrscheinlich sagen, dann soll man sich bestenfalls eben mit beidem versorgen, also sich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen und Vitamin-D nehmen. Würden Sie da mit dem Minister auf einen Nenner kommen? Nicht unbedingt. Naja, ich meine, es ist ja so, ich würde mich nur impfen lassen, wenn es keine Alternative gäbe. Also wenn ich in ein Gebiet reisen würde, wo Ebola endemisch ist und die Gefahr groß ist, dass ich ein Virus einfange, das zu über 90 Prozent tödlich ist, und zwar unabhängig von meinem Immunstatus, weil einfach das Virus selbst eine große Gefahr darstellt, dann würde ich eine Impfung erwägen. Aber in dem Fall ist es ja so, dass die schweren Verläufe nicht durch das Virus selbst verursacht werden, sondern die schweren Verläufe kommen durch eine Dysregulation des Immunsystems. Und diese Dysregulation kann man durch eine Vitamin-D-Substitution beheben, sodass schwere Verläufe nicht zu erwarten sind. Und dann erfordert natürlich ein Impfstoff, der nur noch leichte Verläufe irgendwie noch leichter machen soll, im Idealfall, der muss dann absolut unbefährlich sein, weil ja dann das Problem ist, ich verhinde jetzt keine Todesfälle mehr, sondern ich verhinde nur noch mittelschwere Verläufe vielleicht oder leichte Verläufe laufen dann noch leichter ab. Also dann muss die Anforderung an so einen Impfstoff gewaltig sein, was das Gesundheitsrisiko angeht, muss null sein. Und wie soll ein experimenteller Impfstoff, von dem wir keine Ahnung haben, wie er funktioniert, aber in der Zwischenzeit wissen, dass er massiv doch schwere Nebenwirkungen produziert, das ist schon möglicherweise nicht mehr gerechtfertigt bei den schweren Verläufen, wenn sie wirklich sozusagen nicht behebbar wären. Aber unter der Situation, dass wir eigentlich wissen, dass mit Vitamin D die schweren Verläufe zu verhindern sind, macht natürlich das Impfen dann wirklich überhaupt keinen Sinn mehr, zumindest nicht mit diesem Impfstoff. Haben denn die schweren Verläufe, die erhöhten schweren Verläufe in der Bevölkerung, wenn es in den Winter geht, nur etwas mit dem Vitamin-D-Mangel zu tun? Weil wir laut Herrn Lauterbach und RKI neben der sogenannten Winterwelle ja auch schon eine Sommerwelle hatten, eine Herbstwelle und, und, und. Naja, ich meine, diese Wellen sind zu einerseits natürlich bedingt durch die Veränderung des Virus, dass das Virus sehr, sehr infektiös geworden ist. Das liegt in der Natur, in der Evolution von Viren. Sie werden immer harmloser. Das ist einfach dadurch bedingt, dass ein harmloses Virus den Träger, also der, der infiziert ist, nicht wirklich krank macht und dadurch die Verbreitung des Virus eben besser funktioniert. Wenn ich schwer krank bin, bleibe ich zu Hause und gehe auf keinen Fall auf die Straße. Aber wenn ich nur leicht erkrankt bin oder gar nicht merke, dass ich überhaupt erkrankt bin, weil ich keine Symptome habe, dann verbreite ich das Virus natürlich viel, viel effizienter. Und was wir im Sommer gemerkt haben, wir haben dann eine Verbreitung des Virus, weil, wie gesagt, Vitamin D verhindert ja nicht, dass wir infiziert werden. Aber was eben nicht stattgefunden hat, ist eine Überlastung der Krankenhäuser durch schwere Fälle. Das erwartet man jetzt erst wieder im Herbst. Und das ist eben die zweite Seite von eben dem Vitamin-D-Mangel, dass eben dann der Zytokinsturm durch einen gravierenderen Mangel, wie er eben im Winter herrscht in der Bevölkerung, dann eben die schweren Fälle eben wahrscheinlicher werden. Und da hilft eben nur eine vernünftige Prophylaxe mit Vitamin-D-Substitution. Und interessanterweise war das auch schon Herrn Lauterbach klar. Ich habe gerade vor kurzem, als ich den Brief rausgeschickt hatte, hat mich dann ein Leser des Briefes angeschrieben, ob ich denn wüsste, dass Herr Lauterbach am 8. September 2020, also vor der ersten richtigen Winterwelle, die wir hatten, gesagt hat, und ich zitiere ihn gerade mal wörtlich, Vitamin-D-Mangel ist auch bei anderen Infektionskrankheiten Risikofaktor, schwächt Immunfunktion. Auch Krebsrisiko steigt teilweise. Und dann kommt der nächste Satz, und das ist eben der, über den ich mich wundere, weil er ist genau der Inhalt meines Briefs. Er schreibt hier, daher überraschen Studien nicht, dass Vitamin-D-Mangel höheres Infektionsrisiko wie auch schweren Verlauf verursacht. Okay, da haben wir die Antwort. Und er ist überhaupt nicht überrascht, dass Studien das beweisen. Aber es hat keinen Einfluss gehabt auf unsere Art und Weise, wie wir Gesundheitspolitik betreiben. Ich habe mal vorgeschlagen, neben jedem Testzentrum müsste auch ein Vitamin-D-Testzentrum sein. Und dann könnte man den Leuten eben raten, okay, ihr seid positiv, aber jetzt spätestens jetzt einen ersten Vitamin-D-Spiegel überprüfen und korrigieren, damit, falls die Positivität des Tests tatsächlich mit einer Infektion übereinstimmt und man Angst haben muss, vielleicht auch einen schweren Verlauf zu haben, dass man da eben die richtige Prophylaxe dann wenigstens rechtzeitig betreibt. Aber noch viel schlimmer, wir wissen eben, dass man länger Träger ist unter Vitamin-D-Mangel. Das heißt, bester Eigenschutz, und der liegt ungefähr bei Faktor 3, laut Studienlage, hat man eben, wenn man Vitamin-D-Prophylaxe betreibt und damit andere eben schützt, weil man eben kürzere Zeit nur Träger ist. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Einige Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht ja, wie kann man denn den Vitamin-D-Spiegel messen? Oder vor allem, wie bekomme ich denn am besten einen guten Vitamin-D-Spiegel? Also gibt es besondere Nahrungsmittel, die ich zu mir nehmen sollte? Oder ist das tatsächlich etwas, was ich dann in der Apotheke besorgen sollte? Nein, in der Apotheke muss nicht sein. Da werden jetzt natürlich die Apotheker hassen. Aber es gibt sehr viele Produkte, die man einfach übers Internet beziehen kann. Die sind dann auch etwas günstiger. Da hat man nicht unbedingt den Apothekenpreis. Also ich zum Beispiel, da mache ich zwar eine Produktwerbung, aber ich bezahle zum Beispiel für eine Jahresdosis, die dann mir den Spiegel liefert, der nach einer Studie von drei Deutschen, einer Meta-Analyse und von zig Studien, haben die herausgefunden, dass ein Spiegel von 125 Nanomol pro Liter mit einer Nullmortalität einhergeht bei Corona. Und um diese 125 zu erreichen, das ganze Jahr brauche ich ungefähr sechs Euro. Also nicht am Tag sechs Euro im ganzen Jahr. Ja, also das ist lächerlich wenig. Da verdient niemand was dran. Kann man auch nicht patentieren. Vitamin D ist frei erhältlich. Das heißt, keine Pharmaindustrie hat da Interesse dran, so etwas wirklich zu vermarkten. Aber der Punkt ist eben, für sechs Euro wäre sozusagen der ganze Spuk vorbei gewesen. Sechs Euro pro Person. Ich glaube, allein der Brief an mich hat es so viel gekostet von den zwei Euro Porto und Verarbeitungsgebühren und so weiter. Also leider der Brief hätte es so viel gekostet wie wahrscheinlich eine Jahresdosis Vitamin D. Und deswegen finde ich es eigentlich schon merkwürdig, was hier läuft. Wie Sie sagen es an Vitamin D, würde die Pharmaindustrie wohl nichts verdienen. Zumindest nicht so viel wie an den Impfungen. Sie kennen sich ja in der Branche sehr gut aus. Welchen Einfluss hat die Pharmaindustrie denn auf das Gesundheitssystem und auch auf die Politik? Einen gewaltigen. Im Prinzip ein hundertprozentigen, kann man fast sagen. Also ich bin schon im Studium relativ viel Einfluss rein in die Entwicklung der sogenannten Lehrpläne. Dann hat sie enormen Einfluss auf, was man in der Medizin die Leitlinien nennt. Also wie ein Arzt optimal arbeiten sollte. Leitlinien sind zwar kein Gesetz, aber es ist immer so, dass wenn ein Arzt davon abweicht, er immer Sorge hat, dass wenn dann irgendwas schieflaufen könnte, selbst wenn er dafür gar keine Ursache ist und eigentlich optimale sogar macht, wenn er abweicht von der Leitlinie, immer die Angst haben muss, er wird vielleicht verklagt. Das hat zum Beispiel in der Alzheimer-Industrie hat das zum Beispiel dann die Konsequenz, dass man diese Alzheimer-Mittel immer verschrieben bekommt, obwohl nachweislich kein Nutzen da ist. In manchen Ländern wie Frankreich zum Beispiel die gar nicht mehr bezahlt werden, aber hier in Deutschland werden die noch verschrieben, weil es eben Leitlinie ist. Und die Pharmaindustrie hat über die Leitlinien einen gigantischen Einfluss. Und dann kommt der Dritte, natürlich über den Gesetzgeber, über den Lobbyismus. Ich meine, der Hauptlobbyist ist wahrscheinlich für die ganze Sache, die wir momentan erleben, ist ja Herr Lauterbach, das ist ja auch in den anderen Branchen so, ob es der Gesundheitsminister eben ist oder eben auch der Verkehrsminister oder sonst wer. Es sind immer letztendlich auch dann Vertreter der Industrien, die sie sind und eben dann da Lobbyarbeit betreiben, auch über Gesetze. Und der vierte ist natürlich das Marketing schlechthin. Eins der Hauptportale zum Beispiel für die Information von Ärzten und Heilberuflern ist zum Beispiel Medscape. Medscape wird fast ausschließlich von der Pharmaindustrie finanziert. Und gerade gestern hat man mir dann einen Artikel zugeschickt mit dem Thema, es ist nun offiziell Doppelpunkt, Vitamine bringen nichts. Also Vitamine sind entdeckt worden, weil der Mangel zu schweren Störungen in unserem Organismus führt, bis zu Tod. Also wir brauchen Vitamine, weil sie eben lebenswichtig sind. Das kommt das Wort Vita ja schon mal her. Und jetzt wird in Medscape die Ärzteschaft informiert, dass man Vitamine gar nicht bräuchte. Und das ist nicht der erste dieser Artikel, die ich in den letzten Wochen zu sehen bekomme. Und im Hauptfokus dieser Gegen-Vitamin-Kampagne steht Vitamin D. Und das kommt meiner Ansicht nach nicht von ungefähr, weil, wie gesagt, Vitamin D hätte den ganzen Schmuck von Anfang an nicht nur beendet, es hätte ihn gar nicht gegeben. Und jetzt haben wir ja praktisch eine Situation, wo das immer offensichtlicher wird. Es gibt natürlich seit über 100 Studien, die zeigen, dass Vitamin D präventiv sehr, sehr gut wirkt. Präventiv im Sinne von Spiegel anheben, bei niedrigem Spiegel ist natürlich die Frage, wer hat Schuld daran, dass man nicht von vornherein die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig momentan von der Industrie, dass man eben gegen Vitamin D schießt und auch Studien kreiert. Das habe ich jetzt gerade in mehreren Videos gezeigt, die sogar so designt sind, dass sie scheitern müssen, um sie dann durch die Presse zu jagen und den Menschen zu sagen, schaut mal, Vitamin D funktioniert nicht, aber die Studien sind schon so designt, dass sie nicht funktionieren können. Und darauf mache ich dann auch eben aufmerksam. Und ist die Pharmaindustrie das eine? Aber warum haben denn auch so viele Forscher, Epidemiologen, Wissenschaftler, zumindest in der medialen Wahrnehmung, seit Jahren den Corona-Regierungskurs auch in Sachen Impfung unterstützt, wenn Sie als Experte doch ganz klar sagen, hier macht die Politik aus fachlicher Sicht einen klaren Fehler? Also ich habe zwei Bücher dazu geschrieben. Das erste war das Corona-Syndrom. Da habe ich sehr, sehr intensiv darauf aufmerksam gemacht, logisch sozusagen die Sache hergeleitet. Noch intensiver habe ich es dann beschrieben in meinem Buch Herdengesundheit. Als das erste Buch rauskam, bin ich zum Beispiel vom CDF angeschrieben worden, vom Redaktion Herrn Lanz. Und die Frage, die an mich gestellt worden ist, die erste war, Herr Nils, tolles Buch, interessant. Ist das eine Einzelmeinung von Ihnen? Da habe ich gesagt, naja, in einem Buch habe ich 400 Studien, kann ja wohl kaum eine Einzelmeinung von mir sein. Dann kam die Rückfrage, ob ich zehn Experten hätte, die man auch fragen könnte, die meine Meinung unterstützen. Da habe ich eine Liste von zehn Experten innen geschickt und dann habe ich nie mehr was gehört. Und ich glaube, das ist so typisch. Man hat im Prinzip, lädt man nur Experten ein, die den Regierungskurs entweder unterstützen oder zumindest nicht weit davon abweichen, sodass das Narrativ, die Erzählung sozusagen immer in einem engen Korridor bleibt. Aber das andere Extrem, dass man die ganze Corona-Pandemie, dass sie nie stattgefunden hätte in der Form, hätte man sozusagen ganz anders agiert. Diese extreme, sozusagen alternative Option wird gar nicht diskutiert. Und deswegen bewegt sich der ganze politische und gesellschaftliche Diskurs über das Thema in einem Bereich, der vollkommen falsch ist. Abschließend, Herr Dr. Nils, vor wenigen Tagen, da sorgte eine Studie aus Oxford für Aufmerksamkeit. Forscher dort wollen belegt haben, dass die Gefahr für geimpfte Menschen einige Monate nach ihrer Impfung sogar deutlich höher ist, einen schweren Verlauf zu erlangen oder sogar zu versterben als bei Ungeimpften. Überrascht Sie dieses Ergebnis? Nein, das überrascht überhaupt nicht. Das war schon von vornherein klar. Das habe ich auch in meinem Buch schon beschrieben. Herdengesundheit habe ich da ausführlich darauf aufmerksam gemacht. Und es gab auch noch eine weitere Studie, die hat man durchgeführt bei allen Schweden. Also über fünf Millionen Menschen wurden da retrospektiv untersucht. Wie ist der Schutz durch diese Injektionen und wie ist die Alternative, wenn man eben nicht injiziert wurde und eben ungeimpft blieb? Und dann hat man festgestellt, also nach sechs Monaten ist praktisch kein Impfschutz mehr da, was immer dieser Impfschutz darstellen soll überhaupt. Für mich als Immunologe vollkommen unverständlich, warum überhaupt das Immunsystem nach sechs Monaten vergessen soll, dass sozusagen ein Antigen in Form dieses Spike-Proteins da gewesen war und dass man es eben vergisst. Das macht keinen Sinn biologisch. Es muss einen anderen Mechanismus geben. Und der weist auch schon ein bisschen darauf hin, wo es hingeht, weil diese schwedische Studie zeigt, nach acht, neun Monaten erhöht sich die Gefahr schwerer Verläufe für die Geimpften. Das ist eindeutig. Und dann müsste man eigentlich, das wurde im Lancet publiziert, aber ist auch sehr pharma-nah, wäre eigentlich die logische Konsequenz, bitte Hände weg von der Impfung. Aber stattdessen haben sie gesagt, naja, dass man nicht durch dieses Loch reinfällt, wo es schlimmer wird für die Geimpften, muss man nach sechs Monaten einfach wieder nachimpfen. Das widerspricht aber dem Herrn Cavaliere. Ein Dr. Cavaliere ist der Sicherheitsbeauftragte der EMA. Und der hat schon vor einem Jahr gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir das Immunsystem nicht überfordern, durch dieses mehrfache Boostern. Und damit hat er vollkommen recht. Die Beweise legen ganz klar dar, dass das Immunsystem durch dieses wiederholte Injizieren dieser Gen-Therapie geschwächt wird. Und die Leidenden, die folgen sozusagen neben vielen Krankheiten, auch die Immunkrankheiten und so weiter, eben auch die Schwächung des Immunsystems mit Ausbrechen von verschiedenen Krankheiten, die normalerweise im Immunsystem gut beherrscht werden. Typisches Beispiel, Herpes Zoster, Gürtelrose, schlummert seit man Windpocken hat in der Kindheit in unserem System. Die Viren sind praktisch immer da, aber wir haben deswegen keine Gürtelrose. Wir bekommen sie erst dann, wenn wir geimpft werden. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Das Immunsystem wird massiv geschwächt. Und die Konsequenzen sind natürlich dann, wenn man irgendeine Infektion bekommt, dass auch die nicht optimal abgewirrt wird. Sagt Dr. Michael Nils, Arzt und Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ja, Herr Opa, ich danke Ihnen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Eine der wohl umstrittensten und gleichzeitig bekanntesten Politikern im Deutschen Bundestag ist die ehemalige Grünen-Chefin und aktuelle Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Doch welchen Einfluss hat sie hinter den Kulissen eigentlich wirklich? Ein Kommentar von meinem Kollegen Frank Warlich. Freundinnen hatten ihr geraten, es doch sein zu lassen, die Sache mit der Politik. Sie habe doch so vieles erreicht. Andere gingen in den Ruhestand, ließen die nächste Generation Platz greifen. Komm, Claudi, es ist doch mal gut. Auf Claudia Roth einzureden, ist ziemlich erfolglos. So erfolglos, wie sie in voller Redefahrt zu unterbrechen. Nach dem Tsunami im japanischen Fukushima zählte Roth zehntausende Tote durch ein Reaktorunglück. Es war aber der Tsunami, nicht die Strahlung. Claudia Roth macht sich die Welt so schlecht, wie sie es zu jedem gegebenen Zeitpunkt eben braucht. In ihrer entschiedenen Anti-Kernkraft-Haltung erfuhr sie Lob von der damaligen Kanzlerin, dass Claudi war für Merkel nützlich. Die Union war nach Fukushima dabei zu ergrünen. Für Merkel war es schnöder Machterhalt für die Grünen die Chance mitzuregieren, auch in der Opposition, damals zu Beginn der 10er Jahre. Claudia Roth mag nicht gebildet sein, aber sie hat eine gewisse Schleue durch lange Zeit der Politikarbeit entwickelt. Sie ist dabei zu einer eigenen Marke geworden, die nicht mehr überarbeitet wird. Aber die Grenze zwischen Marke und Karikatur ist bei Claudia Roth fließend. Grün, links, oft lustig, immer in Empörungshaltung und immer dabei, wenn Kameras und Mikrofone dabei sind. Unter den nicht so grünen Journalisten in Berlin galt lange, wenn du ein Statement von Claudia Roth brauchst, wirf ein Mikrofon in die Luft, dann kommt sie auch gleich. Für die Medien war Claudia Roth immer irgendwie entertaining, so etwas wie die bunten Seiten des Parlamentsbetriebes. Harmlos, aber laut und manchmal schrill, aber immer empört. Mittlerweile ist das anders. Claudia Roth kann zum Statement bitten oder zum Interview. Erst war Claudia Roth stellvertretende Bundestagspräsidentin mit den schönsten und buntesten Schals und Jacken, denn die Kameras waren ja immer auf sie gerichtet. Streng war sie nach rechts mit atemberaubenden Garstigkeiten, aber immer lässig nach links. Sie wurde Bundestagsvize, weil sie sich das lukrative und prestigeträchtige Amt regelrecht krallte. Wenn es um das eigene Fortkommen geht, kann sie hart austeilen, so berichten es grüne Abgeordnete. Da gäbe es eine Clique der alten taffen Weiber Roth, Renate Künast und Göring-Eckardt. Kein Vorbeikommen, weder bei der Aufstellung der Listenplätze, noch bei der Vergabe von Ämtern in der Politik. Claudia Roth steht jetzt in ihrem Zenit. Sie ist Kulturstaatsministerin. Über die gescheiterte Dokumenta-Ausstellung in Kassel freute sie sich lange Zeit über die Antworten, die der globale Süden wohl geben mag. Die Antworten waren antisemitisch, Juden als Monster und Mörder, das waren die künstlerischen Antworten. Claudia Roth freute sich nicht mehr, als es für sie selbst eng wurde. Sie schob die Verantwortung einfach weiter. Das kann sie und linksgrüne Journalisten retteten sie dabei. Als nächsten Kunstcoup will die Ministerin dem Berliner Humboldt-Forum, das Stadtschloss, ans Kreuz an der Kuppel. Da will ich ran, sagte sie. Weg mit dem Bibelzitat in einem Aufwasch. Claudia Roth redet von fehlender Weltoffenheit und mangelnder Toleranz, was eben der Phrasentrashkasten dieser woken Person so alles seit Jahren bereithält. Das Schlimme ist nicht der Wunsch der Frau nach Umwertung und Zerstörung von deutscher, von christlicher Geschichte, sondern der mangelnde Widerspruch der Bürger. Niemand von Intellekt und Statur sagt, Claudi, ich glaube, es hackt. Kannst du nicht was Sinnvolles mit deinen Kulturmillionen anfangen? In ihrer aufgesetzten jugendlichen Robustheit ist Claudia Roth in den Kaputt-Mach-Modus übergegangen, weil keiner Stopp sagt. Sie wird sich selbst manchmal wundern, was sie alles darf. Diese bunte Person Claudia Roth lebt seit langer Zeit durch und von diesem Land, das sie nicht sonderlich mag. Dass aus ihr etwas wurde, hat mit Toleranz und Weltoffenheit zu tun und nicht mit persönlicher Leistung. So eine Politikerin kann man ertragen, mit Demut und mit Toleranz. Doch sollte man ihr nicht jede grüne Tollheit durchgehen lassen? Wie sagten ihre Freundinnen einmal, Claudi, lass gut sein, aber Claudia Roth hört nicht auf guten Rat, sie kennt auch keine Stoppschilder. Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Frank Walich. Zurück bei Kontrafunk aktuell und es ist wieder Zeit für unser Ton- und Taxistelefon. Heute mit Gedanken zu den Themen Ausgrenzung und Religionsfreiheit von und mit Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Meine lieben Freunde vom Kontrafunk, das Überkleben der Bibelsprüche am Stadtschloss von Berlin und das Entfernen des mittelalterlichen Kreuzes aus dem Friedenssaal in Münster, also wirklich, das offenbart doch einen puritanischen Atheismus, nicht nur das, sondern auch einen galoppierenden kulturellen Minderwertigkeitskomplex. Außerdem ist das doch ein Fall, da müsste doch eigentlich der Denkmalschutz einschreiten. Wo ist da bitte noch der Unterschied zu den Taliban, die die berühmten buddhistischen Felsenstaatungen zerstört haben? Also, aber Spaß beiseite. Ich weiß von meinen vielen Reisen im Nahen Osten, dass die Araber sehr gottesfürchtige Menschen sind. Die bewundern zwar die Deutschen, aber sie hassen Ungläubige. Natürlich haben die auch Probleme mit der Dreifaltigkeit, mit der christlichen Dreifaltigkeit, aber Jesus und Maria akzeptieren sie, denn die kommen ja sogar im Koran vor. Also, eines ist doch ganz klar, wenn rauskommt und es kommt raus, denn es steht ja überall in der Zeitung, dass die jetzige Regierung eines der wichtigsten christlichen Symbole beseitigt, dann kommt das bei den Gästen als Verleumdung der eigenen religiösen Kultur, als knallharter Atheismus durch. Das wird weder respektiert noch gutiert, sondern das wird mit Sicherheit als Verrat an der eigenen Religion und Kultur gewertet. Und ehrlich gestanden, das ist es ja auch. Übrigens, das ist auch der Grund, warum die Grünen und die Russen so hassen. Man nimmt denen übel, dass sie das Unerhörte getan haben, nämlich den Tugendpfad des Atheismus zu verlassen und zurück auf die längst überkommen geglaubten archaischen mittelalterlichen tausend Jahre alten Orthodoxie zurückgeschwenkt sind mit allem, was dazu gehört. Zum hierarchischen System Familie, Vater, Mutter, Kind. Also, da ist man doch heute schon viel weiter. Familie, das bitteschön ist doch Patchwork, das ist Multikulti. Das ist mindestens eine Geschlechtsumwandlung und sechs schwule Opas. Und dieser Quatsch mit dem Nationalstolz und der Zugehörigkeit zu irgendwelchen Völkern und Stämmen, was soll das? Das haben wir doch längst hinter uns gelassen. Heutzutage reicht doch das Band der sexuellen Ausrichtung und der Vogue-Identität. Völker streiten nur untereinander. Tja. Das Ganze läuft natürlich auf die Illusion der 60er und 70er Jahre hinaus. Make love not war. Nichts Neues unter der Sonne. Was sie allerdings vergessen, ist, dass die Leute, die vorher miteinander geschnachselt haben, jetzt besonders böse miteinander kämpfen. Also, meiner Ansicht nach ist das auch keine Lösung. Zeit drum. Jetzt wird wenigstens immer klarer. Die Grünen sind und bleiben in der Wolle gefärbte Marxisten, die ihre Naturreligion rigoros durchsetzen wollen. Der Umweltschutz, die Klimarettung, das ist der Zweck, der alle Mittel heiligt. Hier entsteht der neue staatlich legitimierte Terror gegen alle, die nicht mitmachen. Zuerst wird man nur beschimpft und danach können noch viel schlimmere Dinge passieren. Und das alles, um die Welt zu retten. Also sind sie legitimiert. Unser christlicher Glaube an Gott, für den ich eine Lanze breche, hat das Europa, das wir heute haben, geschaffen, mit den wunderbaren Kirchen, Klöstern und Schlössern, die von der ganzen Welt besucht und bewundert werden. Unserer christlichen Religion verdanken wir ein einzigartiges Sozialsystem, welches auf Fürsorge und auf die Nächstenliebe des christlichen Glaubens ruht. Das gibt es weder in Amerika, noch in Asien, noch in Afrika. Und das haben wir wirklich dem christlichen Glauben als Basis Nächstenliebe zu verdanken. Mit den grünen Ideologen kehren wir zurück zum heidnischen Glauben von vor über tausend Jahren an die bösen Gewalten der Natur, nur mit dem Unterschied, dass die heute die Hybris haben zu glauben, sie können die Natur beherrschen. Das sieht man ja schon an dem Quatsch mit dem die Welt Temperatur 2 Grad zurück regeln, als wenn die Welt einen Thermostat Regler hätte. Also so viel Hybris hat es noch nie gegeben. Der Atombau von Babel lässt grüßen. Tut mir leid, Leute, aber diesen Wahnsinn, den kann man wirklich nur noch mit Humor ertragen. Also alles Gute, eure Gloria. Das war das Ton- und Taxis-Telefon von und mit Fürstin Gloria von Ton- und Taxis. Sie hören Kontrafunk aktuell und wir werfen jetzt noch einen Blick auf die heutige Presselandschaft. Dort geht es unter anderem um die Welt Klimakonferenz in Ägypten, um eine Wende bei der Impfkritik in der Schweiz, sowie um neuen Protest gegen die sogenannten Klimarebellen. Die Kontrafunk Medienschau von und mit meinem Kollegen Stefan Milios. Die Welt Klimakonferenz läuft. Sie ist ein ziemlicher Koloss. Registriert sind rund 45.000 Teilnehmer aus 200 Staaten, die zwei Wochen lang in Sharm el-Sheik residieren. Dass sie alle dorthin geschwommen sind, um den Ausstoß von Schadstoffen zu vermeiden, ist nicht anzunehmen. Aber nun sind sie dort und diskutieren, was man gegen die Erderhitzung tun könnte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist laut der Welt schon mal vorgeprescht mit einer wenig überraschenden Aussage. Der Klimawandel sei die derzeit grösste globale Herausforderung und die 1,5% maximaler Wärmung seien, um jeden Preis einzuhalten. Eine von der Wissenschaft herausposaunte und von der Politik übernommene Zahl, die zum heiligen Graal mutiert ist. Die Süddeutsche Zeitung nimmt die Konferenz zum Anlass, in die Tasche zu greifen. Nicht in die eigene natürlich, sondern in die des Staates, Verzeihung, der Steuerzahler. Es sei an der Zeit, dass die Entwicklungsländer die Rechnung für entstandene Schäden an die Industrieländer weiterreichen, allen voran Deutschland, heisst es in einem Kommentar. Um die Panik hochzuhalten, steht da weiter, noch nie seit es Menschen gibt, war es so heiss. Eine mutige Aussage. Laut Studien liegt die letzte vergleichbare Wärmeperiode gerade mal 400 Jahre zurück. Die Süddeutsche möchte offenbar die Geschichte der Menschheit neu schreiben. Zu einem anderen Thema. Es knistert im Gebälk, in dem der Covid-19-Impfung, jedenfalls bei einem Blick in die Schweizer Zeitungen. Der Bannstrahl, der es den Medien irgendwie unmöglich machte, die Impfung kritisch zu betrachten, wird immer öfter gebrochen. In der Weltwoche schon seit Wochen, aber nun breitet sich die tabulose Betrachtung aus. Die Jungfrau-Zeitung, benannt nicht nach einer unberührten Dame, sondern nach dem gleichnamigen Berg, zeigt Mut. Sie porträtiert eine Frau, die seit der dritten Spritze gesundheitlich am Boden ist. Und sie liefert nach mit einem Interview mit einem Arzt, der sich impfkritisch äussert, seit er es immer öfter mit Patienten mit einem Impfschaden zu tun hat. Bei den grossen Medienhäusern gilt derweil noch immer, Schweigen ist Gold. Eine Reihe von Zeitungen berichtet über das Vermächtnis von Dieter Mateschitz, dem Mateschitz, dem kürzlich verstorbenen Gründer von Red Bull. Sein Abschiedsgeschenk eine Prämie von 3000 Euro für alle Mitarbeiter des Konzerns in Österreich. Mateschitz galt schon immer als grosszügiger Chef. Er zahlte faire Gehälter, leistete Mietzuschüsse und verwöhnte seine Angestellten immer mal wieder mit gutem Essen bei Zusammenkünften. Mal sehen, ob diese Bilanz reicht, um seinen Ruf nachhaltig aufzupolieren bei den Verlagen, die es ihm stets übel nahmen, dass er sich für Meinungsfreiheit und gegen Denkverbote einsetzte, was sie ihm sogar in ihren Nachrufen zur Last legten. In Österreich ist einem Mann der Kragen geplatzt, und zwar Kurt Ecker, dem Chef des mächtigen Wirtschaftsbunds. Stein des Anstosses, die Klimaaktivisten, wir suchen übrigens noch immer nach einem weniger freundlichen Wort, die seit Wochen die Hauptverkehrsadern im Land mit Aktionen lahmlegen. Davon berichtet OE24AT, das Webportal der Tageszeitung Österreich. Der Wirtschaftsführer findet es mässig lustig, dass Menschen, die zur Arbeit oder von dieser nach Hause fahren, fast täglich schikaniert werden. Er stellt aber auch kühle Berechnungen an. Die Staus, welche die Klebstofffanatiker auslösen, verursachen sehr viel CO2, das sinnlos in die Luft geblasen wird. Eine halbe Stunde Stehen statt Fahren löse fünf Tonnen CO2 aus. Damit könne man von Wien nach Sydney fliegen und wieder zurück. Ein sachliches Argument, vermutlich korrekt und sicher gut gemeint. Aber viel bewirken wird es nicht. Denn merke, wer für ein edles Motiv zugange geht, darf sich alles erlauben. Selbst das Gegenteil des Beabsichtigten. Und der Preis für den kreativsten Titel, der geht heute an den Spiegel. Dort lesen wir »Stalins Rote Armee erobert Norwegens Fjorde«. Na nun? Väterchen Stalin ist von den Toten auferstanden? Er hat gesehen, dass die Ukraine bereits unter Beschuss ist und greift nun den hohen Norden an? Nicht ganz. Es geht um die Königskrappe, einen bei Gourmets beliebten Riesenkrebs, der den Fischern in Norwegen derzeit in Massen in die Netze geht. Was das mit Stalin zu tun hat? Es war die Sowjetunion, die vor 60 Jahren die Königskrappe im grossen Stil in die Freiheit entließ und inzwischen haben die leckeren Krabbler Norwegen erreicht. Dort debattiert man nun, ob man sich über die teure Delikatesse freuen oder doch eher ein mögliches Ökodesaster durch das invasive Eindringen beklagen soll. Sicher ist, beim Spiegel hatte man viel Freude über die Farbe des Tieres. Nur so liess sich der wahre Geniestreich von der Roten Armee niederschreiben. Die Analogie ist zwar reichlich absurd, aber bitte für Klicks sorgt der garantiert. Vielen Dank, Stefan. Das war die Kontrafunk- Medienschau von und mit meinem Kollegen Stefan Milius. Sie hören Kontrafunk aktuell. Ja, und damit ist diese Dienstagsausgabe auch schon wieder am Ende angekommen. Ganz schön, was los? Gerade wieder politisch. Und bei all dem, was wir heute hier in der vergangenen Stunde gehört haben, hatte immer auch die Berichterstattung der großen Medien einen gewissen Anteil. Aber wie sagte schon der deutsche Kabarettist Dieter Hildebrandt, die öffentlich-rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält. Und die Privaten senden das, was drin ist. Und wissen Sie, was mir dazu einfällt? Gut, dass es Kontrafunk als Gegengewicht gibt. Oder nicht? Schreiben Sie uns Ihre Kritik oder Ihre Anregungen sehr gerne per E-Mail an info at kontrafunk.radio. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss und hier jetzt noch ein kleiner Hinweis auf unsere Abendsendung. Heute um 20.05 Uhr. Machen Sie es gut! Heute Abend um 20.05 Uhr präsentiert Kontrafunk Paul Brandenburg live den Polit-Talk mit Ihnen. Ihre Meinung, Ihre Fragen unzensiert. Rufen Sie uns live auf Sendung an. Unser Thema Russland, Deutschland und der Krieg. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben die Bundesregierung und die Brüsseler Bürokratie Russland zum Feind Europas erklärt. Der Bundespräsident sieht unser Land gar im Angesicht des Bösen und stimmt die Deutschen scheinbar auf eine Kriegsteilnahme ein. Das sind Fehler, sagt mein Gast. Was wir in der Ukraine erleben, ist ein Stellvertreterkrieg der USA zum Schaden Europas. Wir müssen an den Verhandlungstisch und die Eskalation beenden. Dr. Hauke Ritz, Publizist und Russland-Experte, hat gerade sein neues Buch veröffentlicht. Endspiel Europa. Heute Abend ist er bei mir im Studio. Diskutieren Sie live mit. Ab 20.05 Uhr hier auf Kontrafunk. Der Stimme der Vernunft. Die Nummer unserer Studio-Hotline finden Sie im Netz auf paulbrandenburg.live. Ich freue mich auf Sie. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020